Bevor das Video beginnt, lasst doch als erstes gerne erst mal ein Abo da. Wir zählen sehr gerne, um mich zu supporten, meine Maps. Für den allerbesten Practice einfach nur Reason eingehen oder die Map-Codes, die jetzt im Screen eingeblendet sind. Codes findet ihr auch nochmal unten in der Beschreibung. Trader-Code Reason7 im Item-Shop. Nicht vergessen und jetzt viel Spaß beim Video. Steht der da noch? Ja. Du kriegst gleich einen Shot. Klingt jemand längs? 105. Abo. Hör dich gesnipet? Ja. Der ist auf dem anderen. Yes. Er ist unten. Er braucht nicht. Er hat keinen Bild, wirklich. Oh nein. Digga, was ist das für ein Loser? Ich habe auch keinen Thump. Dein Kopf tut weh. Dein Kopf tut weh. Ich habe einen Petters nicht bekommen. Fress dich, fress dich. Von uns 3-Win. Danke. Warum redest du so? Aber der Kopf weh tut. Hey, Riesen, kannst du kochen? Ja. Lügt mir schon, wenn du bist komplett arsch. Nein, aber ernst, auf ernst, auf ernst. Niemals. Doch, ich schwöre, hä? Nein. Warte mal, ich war gepusht. Die werden nicht aus der Luft holten, glaube ich. Das geht zum Loot. Ja, die sind hier irgendwo. Hier sind Splashies. Ja, die sind am schön. Ja, aber hier war jemand auf jeden Fall. War in einem Building oder so. Hide it. Da läuft weg. Keine Ahnung. Hey, ich kann echt gut kochen. Was ist dein bestes Gericht? Mein bestes Gericht? Okay, das ist sehr einfach, aber Tacos mache ich sehr gut. Lasagne. Du machst das an, ihr? Ja. Ich koche mal bei mir, aber jetzt brauche ich immer mit dir. Weil ich hasse Essen bestellen. Was kannst du denn? Okay. Was kannst du denn? Du kannst alles, ne? Nein. Ich bin auch relativ arsch, eigentlich. Aber ich esse gerade meine Nudeln, die ich gemacht habe. Was hast du denn gemacht? Mit so Spinat. Und Lachs. Sahne. Sahne! Den Arsch hat man nie gekocht. Jürgen, bitte, du brauchst mir nichts reden. Ich denke nicht schon wieder nach. Sowas esse ich nicht. Sowas essen nur White Boys, so wie du. Ja. Hast du es schon mal probiert? Ja, klar. Was? Du nicht? Okay, jetzt schon mal No-Joke. Ernste Frage. Du hast deine Sahne probiert. Okay, ernste Frage. Wie wichst du? Also, okay, du wichst grobisch. Ich kann ich das nicht fragen. Okay. Hast du schon mal im Liegen gewichst? Ja, habe ich schon. Und bist... Hast du dann gekommen, so... Du hattest eine Tough Times und so. Und so, du hast seit zwei Wochen nicht gewichst. Und dann... Hast du den Mund, oder was? Ist die wichst immer ein bisschen weiter? Aber du hast es nicht angehört, als ob du aus Versehen gegessen hast. Nein, ich habe auch schon mal richtig probiert. Hast du nie deine Sahne probiert? Das geht nicht, das geht nicht. Nein. Ja, vor mir ist das eigentlich ja. Und das ist normal? Ja. Dann will ich mal probieren. Oh, Mies, da ne. Dead. Oh, ja. Da goon, Bro. Das ist irgendein Pink-Fan. Das hole ich mir. Das ist nicht normal. Alle schreiben nein. Oh, die snipen mich. Aber ist schon mal bei dir so weit gekommen? Ne, ich mache das nie so. Das ist einmal fast im Liegen, sodass ich so auf meine Brust geschossen habe. Oder so. Und dann habe ich ihn wieder gemacht. Komm mal. Okay. So gut? Nice, der Mann. Hattest du dich. Was denn? Ich komme, ich komme, ich komme. Lass ihn ficken. Sehr stark. Der Bunker spawnt hier gleich. Was? Ich brauche Pumper im Moment schon. Ich habe 16 Schuss. Richtig das? Rodan, wir sind 14. Äh, ja, ja. Ich habe 0. Sag mal. Äh, shit. Ja. Der Bunker spawnt jetzt gleich. Wir warten. Get the fuck out. Aber Wichse probieren ist schon normal. Drexler schalte, du musst du Olivenöl tryen. Sinten, er hatte recht, ist Game Chaser. Drexler hast du probiert? Raffi, danke für den vierten Block. Nein, oder? Leute, ich schwöre. Ja? Hast du mal deine Pisse getrunken? Nein. Habe ich auch nicht. Wenn schon, in der Pisse baden. Also, wenn man badet. Was? Man, nicht so. Nicht so in seiner Pisse baden. That's all you. Ich habe. Ähm, wenn man badet, einfach mal in die Badewanne pissen, wenn man noch drin ist. Das habe ich auch schon mal gemacht. Like Devon Island Prime. Aber ich habe einen Tag vor Grants für 200 Euro meine so 200 Milliliter Pisse mal getrunken. 200 Milliliter, ein Glas? Ja, ja. Jason, danke auch für den vierten. Normal. Nee, das ist auch nicht normal. Aber ich wohnt nächsten Tag erster. Ich habe einen Splash auch. Komm mal her. Ja. Ich wohne gerade von irgendwo den Bunker hier eröffnet. Komm. Ich baue den ein. Dann auch kotzt sie. Sehr weird. Sehr weird. Drexler schreibt bei mir, ja. Also, es ist sein Ernst mit Dings. Ausprobiert. Hast du Oliven auch schon mit Frau ausprobiert? Nein, Jürgen. Was? Nein. Was? Wir werden gekietzelt, ey. Komm, lass aber runter im Bunker. Das dauert so lange, bis der Dreck den Bunker aufmacht. Jetzt. Natürlich kann ich... Ja, ja. Ich bin Stuxed, ey. Wie? Über uns. Stuck in the dream. Komm. Baut zu, baut zu. Ja. Komm, die Lila Pam und Wichse. Komm her. Ich habe ein Tag. Ich tschüss dich voll. Ich tschüss mich da. Freude in der MP. Willst du? Ich habe... Oh, ja, ich nehme. Jetzt kommt der noch so. Die werden jetzt über uns kämmen, glaube ich. Die Grinche. Die fighten, die fighten, die fighten. Das sind drei Schritte. Safe? Warte. Komm. Ja, das sind drei Schritte, siehst du? Nice, yes. Komm. Ich tage raus, Max-Pace. Max-Pace. Ein Teamer Fight, ein Teamer Flow. Südwest noch ein Team. Ich tage halt nicht. Ich glaube, wir wollen Headshot-Snipe. Ne, nur Sniped. Headshot, Headshot, Headshot. Und ich war auch gesniped. Ach, Mann. Da drin ist ja ein Fonds. No, no, no. Ja, es ist Headshot. Snip da rein. No, no. Ja, da, da, da. Rechts in der Box. Oh, 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 oh. Von oben. Kann ich dich saven? Überdürfen, ne. Mann. Oh, what the fuck macht er? Ich headshot, der Maid, und er pusht mich, oder? Wolle ich gebeamt? Bitte. Ah, okay. Ich glaube, es sind 1,000 Teams. Ich glaube, es sind 1,000 Teams. Ich bin fit gewesen. Freboot, ich gleich hin. Nie wieder, ich soll irgendwo pushen. Ach, das nie wieder. Oh, ja. Oh, Gott, oh, Gott, oh, Gott. Oh, Gott. Oh, Lievenöl mit Frau war aber gerade ein crazy Call. Ja, ich weiß auch nicht, wie er sich das vorstellt. Das Ding war, einmal, als ich noch jünger war, da war es einmal und der hat nicht reingepasst und dann, ähm, oh, war noch was genug, aber wir hatten auch keinen Glidekill und da haben wir so überlegt, das zu leben, was ja auch nicht so gut geklappt hat. No way, bro. Ja, und jetzt habe ich auf einmal Toys, bro, von überall. Wo ist da ein Reboot, ist Snooty noch in den Sound? Nee, ich gesagt. Ja, nicht reingepasst. Das ist kein Shit. Holen willst du? Der hier? Ja. Ich kann nicht markieren, ich bin tot. Hier Snooty. Glaub ich, oder hier hin, oder so. Hier hin, glaub ich. Oh, 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 oh. Ich habe heute davon erträumt. Weißt du noch dieses Visier mit dem Dreieck in Fortnite? Nein. Ich habe heute davon geträumt, dass ich so, das gibt es auf jeden Fall nicht mehr und ich habe davon geträumt, dass ich es bekommen habe. Ich dachte gerade, du hast mit dem Visier irgendwie auf deine Freundin gezählt oder irgendwas. Okay. Okay. Ich dachte, du hast jetzt sowas, was sonst ein scheiß Traum. Das heißt nicht, das habe ich geträumt. Also in-game, chat, in-game. Ich träume so oft von Fortnite. Das ist wirklich nicht normal. Ich habe auch mal geträumt, dass meine Map so 100.000 Spieler hatte und habe mich aufgewacht. 100.000. Normaler Traum, ja. Hat jemand Eisbeiß-Leak? Es gibt ein Eisbeiß-Leak? Was? Nimm mal. Nimm mal das auch. Okay, das ist shit, bitch. Ah, ja, als ob. Ja, ja, wie the fuck. Twitter? Ja. No way, gibt es auf Twitter einen Eisbeiß-Leak. Wie geleakt ist das? Also wie doll verleakt? Ich sage Eisbeiß, no cap, 7 von 10. Max. Ja, gar nicht. Max, ich mag ihre Musik halt. Fällt sich komisch an, aber ich mag ihre Musik. Twitter Spawn auf 2.0, Twitter ist so schlimm mittlerweile, der. Das ist wirklich crazy. Ich bin da manchmal so am Scrollen unter der Antwort. Okay, das ist okay. Okay, but did you see my McDonalds-Video? Ja, ja, das ist so krank. Und auch alle, nein, alle diese, alle diese famous Twitter-Accounts machen auch immer so Werbung und sowas. Ja. So krank. Links von mir ist jemand. Das sind die, die mich teus haben. Ja, die, die mich gepusht haben. 105 von mir. Hier, nimm mal einen Chill-Fisch. Und fast headshot it. Unter uns die Leute in unseren Erdits, glaube ich. Omi, Omi. Die sind immer auch da. Hat eine Wall-of-D. 29. Spiels aber safe. 36. 44. Alter, will meine Pump noch weniger Damage machen. 55. Dead. Ich bin tot, ich bin tot, ey. Ich bin tot. Nice. Rest mich. Am Gold oder schlafen? Ja, ist die scheiße. Oder was? Sagst du alles auf, du Arschloch. Ich hab uns gerade nicht gerettet. Staubsauger. Alter. Oh, das ist ein Fimper, Jess. Ein Zweier-Ticks? Oh, ja, das ist ein Zweier-Ticks. Ficks mal. War eine Fimper. Ja, ist gut, ich laufe, ich laufe, ich laufe. Mach einfach mal. Ich sterbe. Ich hab Mad-Cats, ich hab Mad-Cats. Wenn wir reinkommen, poppen wir erstmal Mad-Cats. Vielleicht ist er fehl gleich? Ja, doch. Hab ich. Warte, ich bleibst du auch weiter nach vorne, alles schön? Ja, hilft mir genau. Komm. Thank you. Flügel über uns? Ja, Flügel. Müssen wir kippen. Lias, go. Danke für den zweiten Wichtigsten. Ich splitte dir Minis. Komm, lass laufen. Riggi the shit, bitch. Bro, warum macht meine Sniper keinen Sound? Oh, close. On me? Wir können den Kien. Komm. Lass den Kien. On me, on me, on me. Das Crack, das Crack. Du brauchst ne Kill. Ja. Kriegen wir, kriegen wir. Hab ihn, hab ihn, hab ihn. Wir haben Wichse mit. Wir müssen sauen. Was machen die Dullis? Komm. Müsste einer sein, Klaus. Der fliegt. Oh, hinter mir. 105. Noch Wichse, sonst komm ich nicht weiter. Ja, mach. Die muss irgendwo ein Rift sein eigentlich. Oder Hilfe. Hier unten sein. Ich wurde auch gesniped. Oh, wir müssen rein. Ich werde angeschossen von hinten. Es rift. Ja, wir müssen rein. Ich rift. Ich rift. Wir müssen irgendwie schnell landen eigentlich. Wollen wir da längs in dieses Fisswasser? Ne, lass einfach ins Land auf einen landen. Hier, komm. Oh, der ist gelandet. Ich bin vielleicht tot aus der Luft. Ich bin fein, bin fein. Headshot. Headshot. Oh, mein Gott. Er geht weiter. Er lässt sein Land. Er lässt sein Land. Wir haben Zeit für den Buddy. ich habe bei bg's und 85 ich habe auch der bg's und 95 ist dass jemand im busch kannst du mir laufen da ist mit dem busch vor uns ich habe ich habe ich kann zu mir kommen haben lasst ihr den body holen der rest in der restinomie kommt zu mir ja Der hat einen Mad-Kids? Ich habe auch zwei Mad-Kids. Ich bin in der Cone. Ich bin noch Gegner. Ja, ja. Ich bin hinter dir, bin auch in dir. Ich habe Biggie, ich habe Biggie. Ich habe Biggie. Ich habe auch Mad-Kids, zwei Stück. Okay, warte mal. Hier unten liegt ganz so viel Loot. Willst du einen Mad-Kid? Ich habe Mad-Kid, alles gut. Von Full Mads wieder. Oh mein Gott, was war es für ein krasses Mal? Nein, es wird chilling. Shit. War noch einen Kill geholt. Okay, wir brauchen einen Win-Breezen, ja? Ich weiß, ich weiß. Wir sollten den hier vorne keen, aber den Solo neben uns. Den Wiken-Expert, komm. Da wird eh nicht gewinnen. Komm. Er ist in der Cone, glaube ich. Nee, doch nicht. Da muss irgendwo sein, aber... Reboosh gedasht? Maybe. Aber wohl, nee. Der hat total niemand. Fliegt jemand? Das wäre super. Der ist im Bush gelandet. Du hast Dash, oder? Lass euch in so einen dashen. Ja. Ja, habe ich. Okay, lass in so einen dashen. Komm. On me, on me. Wir halten die hier. Komm. Der keyed uns. Ja, Alter, die wurden Double Headshots beim, glaube ich. An der SMG. Das war ein deutscher. Ovation. Hast du Madkit? Ja. Okay, warte. Da war ein Biggie und ein Madkit. Okay, ich hab's Madkit. Ich will die Sniper haben. Okay, wir haben Fasern. Ja. Du hast noch dashes. Drei Stück, oder? Oder noch zwei. Oder noch zwei. Oder noch zwei. Das Wasser ist vor uns. Komm mal vor hier. Komm, geh nochmal ins Wasser. Ich warte kurz auf dich. Und wir wixeln jetzt hier. Und rotaten dann. Ist alles reloaded? Ja. Wir wixeln uns an. So, auf rechts von uns läuft es jemand? Jump einfach hoch. Jump hoch. Ich dash einmal. Und Bau. Ich guck hier für den Headshot Snipe, okay? Doch nicht. Ich geh weiter, komm. Dash einmal nach vorne. Dash einmal nach vorne. Minis. Ich hab keinen Dash mehr. Komm, wir können hier so ein bisschen in den Bills halten eigentlich. Dann kommen die in uns rein dann. Vor uns jumpt der. 105. Wir können ihn töten. Das ist close, das ist close. Damit ist weggedasht. 28 weit, komm. Komm, der ist an der Wall. Der läuft, der läuft. Okay, ich trau meine Minis für mich jetzt, okay? Okay. Ich kann mitnehmen. Komm. Komm, lass Front laufen. Komm, lass Front laufen. Lauf unter dem Baum. Sind viele Solos. Ja, pass auf der Fall. Pass auf der Fall. Wir müssen aber ein bisschen höher gehen so. Obwohl, wir können sogar Hals spinnen. Ja, wir können die ficken. 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 Ja. Ja, mach. Ich halte, ich halte. Ich halte, ich halte. Ich halte, ich halte. Ich hab Madcat für dich, okay? Hier. Ich glaub, die kommen hinten hoch. Einer P. Einer P. Einer P. Einer P auf dem Backside. Franzose. Oh, nicht Franzose. Vor vor? Ja. Schnell, wir müssen ja ganz längs. Spray die Skits. Spray die Skits. Ja, guck mit Sniper die ganze Zeit. Steh nicht still. Steh nicht still. Steh nicht still. Nicht rein scoppen. Nicht rein scoppen. Einfach, einfach freeze scoppen. So. Ja. 105. Auf den blauen. So, ich geh wieder front. Wir müssen... Ready, Metal Kids. Metal, Metal. Oh, ich habe Metal. Ich habe 370 Wurz. Du? Äh, cool. Schreib 100, 400. Ich brauch dein Metal am besten. Ja, drop. Die Falten, komm. Komm, wir brauchen die Kills. Ja. Bleib oben. Ja. Mal Kat. So durch die. Da hat keine Messware hier, glaube ich. Ja, ich muss den zu weit. Ab 1. Nice. Okay, der hat den anderen genockt. Ich warte bis er lief und hole den Finish. Hat der einen Kill bekommen dazu? Geh für einen Clip. Cut. Host .... Nacht. Francespen können wir nicht weg. Tv. Das hat sich durch die Sch�arrchaft hinsibo.